Hallo schön! Wie der Videotitel schon sagt, es geht um Ticks, die mich betreffen. Blub? Habt ihr ja gehört, Blub. Blub ist sozusagen das Sprichwort, das ist nämlich der erste Tick, den ich euch beraten werde. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also ich mache euch mal eine Situation vor, in der ich mich befinde, wo jemand mit mir redet und von dieser Tick dann irgendwann aus. Ich muss sagen, es wird nicht 1 zu 1 so sein, wie es in der Realität ist, weil in der Realität ist das ein bisschen anders. Da plane ich sowas nicht, das kommt automatisch. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, also ich bin jetzt hier noch anders. Hey, wie geht's dir? Hey, du Idiot, mir geht's ganz gut, Blub. Idiot? Was war das letzte, was du gesagt hast? Ich sagte, hey du Idiot, du Blub. Es war ein hässliches Beispiel. Also ich fange einfach mal an, als würde ich mit irgendjemandem reden und das Blub kommt ja sowieso irgendwann einmal raus. Also bei mir kommt das Blub immer dann raus, wenn ich mich irgendwie so besonders fühle, so gut fühle, so schlecht fühle, so traurig fühle. Dann ist das immer so, ja wie so ein Impuls. Es blubbt einfach aus mir raus. Ja. Okay. Mein zweiter Tick, was ich sehr gerne sehr oft mache, ist vor allem wenn ich belustigt bin. Da sage ich immer, aha. 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 Und direkt darauf hinkommt auch mal ein dritter Tick. Ja, ja, ja. Aha. Da ist jemand scheiße gelaunt. Aha. 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 Oder... wenn jemand zum Beispiel sagt, wie geht's scheiße. Da sage ich so, wie geht's hier. Und ich dann am Unterteil von wo. Ja, ja, ja. Blub. Halt mal kurz die Klappe da hinten. Ja. Da weiß ich so, wie geht's hier. Da ist ein Blub. Ja. Ähm. Also sehr viel kommt halt immer hinzu, wenn ich mit irgendjemandem interagiere. Diese Tics, die ich habe, die nennt man Perseveration. Das soll was mit Autismus zu tun haben. Also das ist eine Unterform von Ecolalie. Bei der Ecolalie macht man das ja, wenn jemand einen Satz oder ein Wort sagt, dass der Betroffene das Wort auch sagt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, Schokolade, dann sag ich auch Schokolade. Oder wenn jemand sagt, oh, das wird heute so schön, dann sagst du auch, dann sage ich auch, oh, das wird heute so schön. Also keine Ahnung. Also ich habe jetzt bei mir persönlich keine Ecolalie beobachten können, sondern eher die Perseveration. Also Perseveration heißt ja eigentlich nur, dass man bestimmte Wörter, die man gehört, mal hat. Oder selber im Kopf, die selber im Kopf entstanden sind, dass man die immer wieder zur unnötigsten Situationen erwähnt und wiederholt. Die gar nichts mit dem Thema zu tun haben zum Beispiel. Bluuuubb! Ist ja gut! Wir haben es gestanden! Ohne Scheiß. Ich raste hier gleich aus. Bluuubb! Äh, wie im E-Mails, äh, kann da jemand nicht lassen, Bluuubb zu sagen. Wieso lache ich eigentlich? Hast du das Video, oder ich? Bluuuubb! Schweigen die Tiere! Wenn ein Schwang singt, schweigen die Tiere! Bluuuub! Gut. Also ich habe jetzt immer nur drei Ticks gehört. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere auch so welche Ticks wie ich. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall, ähm, dachte ich mir, ich mache einfach mal ein kurzes und knackiges Video diesbezüglich. falls euch das video gefallen hat falls ihr meinen humor der eigentlich gar nicht so lustig finde lustig findet könnt ihr mir gerne einen daumen hoch geben und mich abonnieren und ja ich mache dann weitere videos wahrscheinlich auch videos in diesem stil ja 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 viel zuviel kann mir irgendjemand sagen wo das club ist nicht